Willkommen zurück auf dem Gaming Channel Ihr fragt mich jetzt sicherlich warum ich so aussehe Äh, ja Heute, ich wollte euch nur noch sagen Dass um 16 Uhr heute Auf Strulli Comedy das erste Video online gegangen ist und zwar nämlich Ananaskopf im Game Store Würde mich tierisch freuen wenn ihr da einschalten würdet Und mal guckt, weil In Zukunft kommen die Ananaskopf-Videos nur noch da Der Beschreibung ist natürlich in der Videobeschreibung Was? Der Kanal ist natürlich in der Videobeschreibung Verlinkt Das war's auch schon, nur ein kleines Infovideo Dankeschön, bis zum nächsten Mal und ciao